Mein Name ist Franz Schulz. Ich bin der Bürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg von den Grünen. Hallo, ich bin Hassan Akouj. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Tänzer und Schauspieler vom Beruf. Irgendwie höre ich die ganze Zeit heraus, dass du die ganze Zeit am Machen bist und am Tun bist und die ganze Zeit hier irgendwelche Bürgerinitiativen unterstützt. Aber was hast du denn für Hobbys? Es ist ein völlig grundsinniges Projekt heute noch, auf den Autobahnbau zu setzen. Es gibt einen wahnsinnigen Dauerstau. Ich glaube, du kriegst ganz viel Glück bald. Oh, das brauche ich für den 18. September.